Ein Himmel im Fernsehen. Jo Freunde, bevor es geht, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Lukas und ich bin Lars. Und heute spielen wir das unglaublich legendäre, epische Spiel aus Chelsea vs. gegen Frankfurt, Freunde. Aber Bruder, wo ist dein Frankfurt-Trikot? Hab ich natürlich drunter, Freunde. Besser ist es. Die Kämpfe ist verloren gegangen, aber das Trikot ist am Start. Bro, was ist das für ein Trikot, oder? Das ist das originale Trikot von Frankfurt. Alles klar. Wir konnten leider kein Frankfurt-Trikot auftreiben. Deswegen mussten wir improvisieren bzw. ich musste mit Edding ein Trikot machen. Stabile Arbeit, Alter. Hättest du mir für 80 Euro verkaufen können, wäre mir nicht aufgefallen. Spielen wir heute das Spiel Chelsea vs. Frankfurt. Mal sehen, wer ins Finale einziehen wird. Das Spiel ist auch heute Abend. Stimmt. Aber wir entscheiden es heute vor. Ja. Schaut mal auf Rotato Gang. Wir haben auch das Liverpool-Barster-Spiel vorausgesagt. Stimmt. Stimmt. Das haben wir auch vorausgesagt. Link in der Beschreibung. Wir haben das Spiel prognostiziert. Sag mal das mal. Lass deinen Like da. Lauro hinter der Kameramann. Oh, ich kann heute nicht sagen. Lauro heute hinter der Kamera. Yay! In Winter. Hier ist auch nur 18 Grad in der Halle. Das ist schon ganz schön kühl für einen Brasilianer. 1 vs. 1 jetzt. Von Tor zu Tor. Chelsea vs. Frankfurt. Schreibt in die Kommentare, wer wird das Spiel heute gewinnen. Chelsea vs. Frankfurt. Ich bin Kevin Prinz. Boateng. Der spielt doch gar nicht mehr da. Was redest du da? Das ist richtiger Kevin. So Freunde, das ist ja heute eigentlich das Rückspiel. Das erste Spiel ist 1-1 ausgegangen. Aber wir spielen heute 3. 1-1 für wen? Schick-Schack-Schnuck für die Seite. Für die Seite. Ich muss erst in deinen Kopf reingehen. Bruder, ich hab Schick. Okay, okay, okay. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Schick-Schack-Schnuck. Oh no. Chelsea, Freunde. Ich wollte verlieren. Das war taktisch. Okay, Bruder. Ich nehme die Seite. Du hast den Ball. Okay, auf ein faires Match. Nee. Chelsea spielt drecklich. Oh, Chelsea. Bis 5? Mega. Oh, mega. Bis 100. Wir können bis 20 machen, Bruder. Bis 5. Bis 5, okay. Oh mein Gott. Boah. Guck mal, was sind denn da für Schüsse heute? Und da fällt das 1-0. Wahrscheinlich Gehirnerschütterung bekommen. Zeig mal, blutet die Birne wieder? Die würden auch bluten, Freunde. Und dann feiert der. Oh, jetzt muss es ausnutzen wie Liverpool. Boah. Übersteiger. Schuss. Nope. Und drüber. Und mit links. Boah. 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 Jetzt kannst du. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh mein Gott. Boah. Und fast auf die Kamera. Hier sehen sie ein wildes Holzenio. Zeig. Oh, angetäuscht. Komm, Holzi, komm. Oh, sein Tor. Da ist es. Da ist es. Eben noch angekündigt. Cristiano Ronaldo bei Frankfurt. Ja. So ist es. Bei jetzigem Stand geht es in die Verlängerung. Aber da ist das 2-1. Oh mein Gott. Was ein Traumtor von David Luiz. Da muss ich ihn checken. Nimmt's. Mars. Und. Boah. Schon wieder. Der Ball kommt wieder. Ist das hier Pingpong? Nope. Er läuft an. Er schießt. Nächster. Jetzt passiert er das dritte Tor. Und da ist es wie angekündigt. Ey, du musst jetzt mal dein Gameplan hier ein bisschen ändern, Kollege. Ich mache jetzt nur noch IQ-Play. Boah. Er hat nämlich angetäuscht. Boah. Spidey seine Schüsse heute. Was ist da los? Ja, der kommt wieder. Ruhig. Ruhig Braunau. Der kommt wieder. Ja. Raumtor. 3 zu 2. Frankfurt ist noch nach vorne. Frankfurt lebt. Wow. Der Trick war gut. Machen wir nochmal. Der ist raus über die Linie. Boah. Rübergetreten leicht. Aber. Und da ist er. Oh mein Gott. Ich habe schon gefeiert. Komm, nimm mir einen Volli. Bro. Da ist er. Boah. Die Holzbirne. Die Holzbirne ist jetzt ganz am Ende. Musst du mich auch verläufeln. Kannst du dem Finger folgen? Da. Vielleicht hast du Gehirnerschütterung. Oh, Lauro. Doppelpass mit Lauro. Und. Das kann er nicht. Doch. Mein Doppelpass. Siehste? Bitte, bitte. Das war ein bisschen die Tüte von da. Aber ich habe Gehirnerschütterung. Tor. Tor. Matchball, Freunde. 4 zu 3. Heute zeigt dir eine Sache. Wenn du das noch drehst, dann fresse ich den Besen mit Stiel. Ja. Tor. Boah. Jetzt ein schön. Genau so. Genau so. 4 zu 4. Boah. Ist das spannend. Ja. Das wird ein Tor. Nope. Oh. Wieder der Doppelpass mit der Bande. Übersteiger. Schuss. Uh. Das ging dorthin, wo es richtig weh tut. Nein. Aber er ist drin. Ich glaube es nicht. Der Gewinner des ersten Spiels. Du musst den Wesen essen. Und ich kann keine Kinder mehr kriegen. Bro. Okay, ich muss los. Ich fress keinen Wesen. Genau so Frankfurt. Genau so müsst ihr es machen, auch wenn ich verloren habe. Stabil. Wir haben das erste Spiel gewonnen. Aber wir sind auch impotent. Aber jetzt geht es ins Rückspiel des Rückspiels. Rückspiel, Rückspiel. Entweder gewinnt Frankfurt komplett oder es geht in das Rückspiel des Rückspiels des Rückspiels. Aha. Chelsea geht jetzt erstmal direkt in Führung mit dem weißen N'Golo Kantei Schuss. Boah. Aber wie hat er den rausgeholt? Ja. Nope. Auch nicht schlecht. Da ist er das. 1 für 0. Wie angekündigt. Der frühe Treffer. Das waren die Haare, die die gefehlt haben. Den anderen Gegenspieler ausgefummelt. Schuss. So was hat doch Spidey locker. Spidey, unser deutscher Mocker. Nimmt. Maß. Boah. Wie hält der den? Unhaltbar. 1 zu 1 wieder. Da kommt er wieder. Schuss. Boah. Es ist ein Hin und Her. Boah. Wie hat der den gemacht? Boah. Aber jetzt kassiert er ihn. Boah. Gegen sein Gött. Aber sein Gött ist auch groß. Also wenn du jetzt kassierst, dann kannst du ihn. Keine Verstopfung hast du heute. Zidane weiß ich auch nicht weiter. Chelsea ist tot. Boah. Tor. 2 zu 1. Eben noch für tot erklärt. Wir sind doch wieder da. Boah. Nimmt Maß. Und. Tor. Er küllert rein. Was macht Chelsea? 2 zu 2. Boah. Mit der Hacke noch abgewehrt. Boah. Wieder in den selben Bereich. Holzi. Die Familienplanung kannst du jetzt eigentlich beenden. Das wird nichts mehr. Die sind ja immer aus Holz. Deswegen egal. Ah ja. Noch ein Schuss. Da ist er drin. 3 zu 2. Weil ich sein Holzbein gerade abgeschossen habe, konnte ich jetzt treffen. Das ist deine Taktik. Den Spieler tot spielen und dann. Schön hältst du. No. Aber du schießt nicht schön. Boah. Übersteiger. Links. Rechts. Er nimmt Maß. Er schießt. Tor. Für den Holzi nun. Spidey. 3 zu 3. Was ist deine Antwort? Boah. Jetzt ist die Birne auch kaputt. Holzi. Kennen Sie Ihren Namen noch? Ich sehe ein bisschen Sterne, ja. Egal. Ein Stern. Da ist er drin. Und was für ein Traumtor. Boah. Jetzt aber. Boah. Wieder die Holzbirne. Ja. Ja. Schön. Oh. Nein! Was macht mich da? Der kommt wieder, der kommt wieder. Okay, lass dir keine Kraft. Hier wieder die Lauro-Vorlage. Jetzt kann der nur noch reingehen. Der kann jetzt nur noch reingehen. Hör. Oh. Das war der beste Überstarger EU-West. Nope. Optische Täuschung. Oh. 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 Ich will es mit dem Rabone. Ich glaube, das war die größte Chance in diesem Spiel. Und Spidey macht sowas. Aber da kommt Holzi wieder. Boah. Und fast wird Spidey dafür bestraft. Schon wieder Aluminium. Boah. Aber dann kein Tor. Macht jetzt Holzi das 4 zu 4? Ja. Er macht es. Wieder 4 zu 4. Der nächste Treffer entscheidet das Spiel, Freunde. Boah. Boah. Deine Chance. Boah. Nein. Ey. Den habe ich drin gesehen, Spidey. Dieser Ball war eigentlich schon drin. Und jetzt kommt Holzi wieder. Oh nein. Doch nicht. Und er täuscht nochmal an. Er schießt. Nope. Daneben. Er liegt nur noch auf dem Boden. Er kann nicht mehr. Da ist er. Freunde. Und jetzt ist das erste Finale. Denn das erste Spiel hat Holzi gewonnen. Das zweite Spiel. Spidey. Wir machen gar keine Schöne hier. Lasst ein Like da. Ich sag mal Challenge. Aber jetzt ins Finale. Bis 3 würde ich sagen. Können wir uns beide darauf einigen, dass wir nur bis 3 spielen, oder? Wir sind beide schon richtig, richtig tot. Das war hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kopf-an-Kopf? Hast du so? Ja sowieso. Nur bis 3. Direkt erste Tor auf Ansage. Oh. Hat der selbst mich ausgefummelt hier. Nope. Holzkopf wieder Vorlage. Diese Bälle sind gefährlich. Wenn der Holzi sie nicht schießt. Schuss. Boah. Auf den Mann. Aber er rettet diesen Ball. Wie hat er diesen Ball nur gerettet? Seine Judo-Tricks. Ja, 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 ja. Boah, okay. Den lassen wir durchgehen. Boah, jetzt. Jetzt. Pfosten rettet. Und jetzt die direkte Antwort. Was für ein Tor. Eben noch fast kassiert. Und jetzt. Boom. Da hat er zum Vorteil ausgespielt vorher. So macht man das. Lass dein Leiter auf meinen Neck. Boah, jetzt macht es beide ernst. Stutzen hoch. Zähne geputzt. Nochmal gefurzt. Und jetzt geht's los. Mit dem epischen Beast Drops angekündigt. Das bleibt schwer. Der Kopf ist noch kaputt von den ersten beiden Spielen. Ich kann da nicht mehr hingehen sonst. Sonst ganz tot, ne? Flach in die Ecke. Links, unten. Selbst hier. Oh, und der Pfosten wieder. Jedes Mal nach einem Pfostenschuss traf Holzi. Wie wird das dieses Mal sein? Dieses Mal trifft es nicht ein. Okay, pass ab. Hey! Boah. Boah, der war knapp. Vorlage selber. 2 zu 1. Und was für ein Strahl. Matchball für Holzi. Boah, den rettet er. Also wenn du den letzten so machst, dann fress dich den zweiten Besen. Da ist wieder der Kopf. Und der Ball, der Ball rollt sich ein. Boah, der war so knapp. Boah, was? Spidey Chance, aber der macht auch einen Rabona. Boah, den hat der. Ja, der ist weg, der ist weg. Boah, den rettet er noch. Reingegrätscht wie kein zweiter. Bestimmt gerade, jetzt ist sein ganzes Bein offen, ne? Okay, schauen wir an. Wieder Beat Drop. Wieder Beat Drop mit der Ansage. Nächstes Tor entscheidet, Freunde. Was ist das für eine verrückte Challenge? Boah, wieder fast ein klassischer Holz hier links unten. Boah. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist aus. Boah. Aber nur durch ein Eigentor. Schande. Wäre der normalerweise reingegangen vorher? Äh, ich glaube der wäre nicht reingegangen. Das war ein richtig verunglückter Schuss. Und er macht ihn scharf. Das muss ja mit einer Passi-Aktion enden hier vorher. Oh nein, das heißt Chelsea gewinnt. Ich hoffe ganz ehrlich, dass wir diesmal Unrecht haben, Freunde. Sehr, sehr stark spielt. Lass ein Like da, Freunde. Wir sind komplett tot. Richtig tot. Danke an Lauro für die Kamera-Action hier. Yeah. Kostensches Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Hau rein. Hau rein.